Auf der Straße von Lampang nach Pizzanulok befindet sich dieser imposante, aber noch nicht fertiggestellte Tempel Vat Mahadat. Beeindruckend ist die riesige liegende Buddha-Figur direkt über dem Eingang. Er ist so neueren Datums, dass er noch in keinem Reiseführer Erwähnung findet. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020